Liebe Morchelfreunde, es ist ein neuer Morcheltag und wir sind wieder fündig geworden. Schauen wir hier die wunderschönen kleinen Prachtsexemplare an. Dachstein, wunderschöne kleine Baby. Ich freue mich schon in zwei Wochen oder in einer Woche, die werden traumhaft sein. Dann das Grippchen hierher, das ist der Hemi. Wunderschön. Ich liebe Morcheln, das sind so schöne Pilze. Und da, Anna, wunderschöne. Und da, Anna, das ist eine. Das ist die nächste Wunderlinie. Die lasse ich alle Woche stehen. Hier vorne. Hier ein Bruder. Das Plättchen habe ich seit 2 Jahren. Das ist das erste Mal, dass es so viel hat. Das Baby habe ich ja ganz besser zu sagen. Ein kleines Baby. Das ist das erste Mal. Es ist das erste Mal. Das ist die Sitzung. Amen.